Bella Brown. An diesem Mädchen war nichts normal. Sie wuchs zu einem wahrhaft sonderbaren Sonderling heran. Nur sie und ihre Bücher. Oh, Entschuldigung. Ich hab nicht mit Ihnen gerechnet, Mr. O'Brien. Die Angelegenheit ist dringend, Miss Brown. Ich hab eine Beschwerde erhalten. Was? Von wem? Ich kann das nicht verzeihen. Sie lassen all das, was die Natur Ihnen bietet, verkommen. Pflanzen und ich, wir verstehen uns nicht so gut. Das ist keine Vernachlässigung, sondern mehr Angst. Sie haben dafür genau einen Monat Zeit. Ich mach mir was vor. Ich bin keine Schriftstellerin und erst recht keine Gärtnerin. Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade Pflanzen umbringen? Ich wollte nur etwas Ordnung machen. Ich glaube, das war auch Hitlers Plan für Europa. Wie heißen Sie eigentlich? Bella. Alle nennen mich Billy. An Ihrer Stelle würde ich beim Schreiben bleiben. Besessen Sie nur einen Funken Menschlichkeit. Würden Sie mir helfen. Wie legen wir einen Garten an? Wie bleibt es von April bis Oktober interessant? Schnell lesen mag ja gehen, aber schnell Gärtner nicht. Du hast neulich ein Stück Papier liegen lassen. Mir gefällt dein mechanisches Vogelding. Würdest du es gern sehen? Mein Vogelding. Das ist Luna. Sie fliegt mit Licht. Sogar mit Mondlicht. Deswegen Luna. Es ist ein unbeschriebenes Blatt. Die Chance zur Erschaffung eines eigenen Meisterwerks. Ich würde gern wissen, was da passiert. Ja, ich auch. Rose hatte eine Leidenschaft für das Leben. Und ich sehe, dass genau dies auch in Ihnen steckt. Was ist er, wenn du denn? Ja, ich sehe, dass du shekelst. Aber ich sehe, dass du siehst. Und du bist. Ich sehe, dass du siehst. Ich sehe, dass du siehst.